Ja hallo, ich bin's wieder, euer Richie, und ich will gar nicht lang hin und her reden. Bis geht weiter mit Teil 2, in dem ich das Ohr von Aline zeichne. Viel Spaß! Ja, ich zeichne hier jetzt noch ein bisschen die Haare weiter, wo wir vorhin in Teil 1 aufgehört haben. Und hab' ja schon, hab' ich vorhin beim Vorzeichnen ja schon das Ohr leicht angedeutet, das verfeinere ich jetzt noch. Die Haare gehen zum Teil über das Ohr, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Hier ist dann, wird das Haar schon ein bisschen lichter und ist nicht mehr so dicht, also das sind nicht mehr so volle Strähnen, sondern die sind schon so ein bisschen dünner und luftiger. Das heißt, insgesamt sind sie einfach ein bisschen heller, mehr Bleistiftstriche und weniger Kohle. Die Kohle setzen wir dann nur wieder akzentuiert an ein paar ganz wichtigen Stellen, das sehen wir aber gleich. Jetzt hab' ich hier schon das Ohr umrandet, so. Und die Kohle verwenden wir nur, um scharfe Kanten zu zeichnen. Ein Ohr ist ja nicht einfach nur eine ovale Scheibe mit einem Rand, sondern wenn ihr euch mal ein Ohr genauer anschaut, da drin ist ja total die verplante Scheiße am Start. hat. Also viele Unebenheiten, Höhen und Tiefen und damit auch Löcher und damit auch viel Schatten. Und ein Ohr besteht zum größten Teil leider nicht aus Strichen, sondern eben nur aus Schatten und Hell-Dunkel-Unterschieden. Und die müssen möglichst weicher sein. Das, was ich jetzt hier gerade mit der Kohle als Rand gemacht habe, ist oben wirklich auch nur der Rand des Ohrs, so wie hier jetzt. Das wird nämlich eigentlich vom Haar verdeckt, beziehungsweise vom Haar verschattet. Und dahinter kommt das Haar dann wieder hervor. Das deute ich jetzt hier an, ich reiß' da so ein paar schwarze Stellen raus, die dann immer heller werden. So wie wir es im Video über die Haare ja auch schon gesehen haben, immer nach dem selben Schema irgendwo ansetzen, wo es dunkel ist mit dem Stift und dann rausreißen und immer schwächer werden. Sonst sieht man ja, wo der Stift angesetzt wurde, dann ist da ein Punkt oder so und das schaut dann nicht gut aus. Und da oben eben, wo ich gesagt habe, hier wird es insgesamt einfach sehr hell, da nur ganz vorsichtig. Ich mache so ein kleines Strichchen, aber das war es dann auch schon. Ich ziehe dann auch mal so einzelne kleine Härchen mal raus, weil Haare bestehen ja nicht nur aus so Haarsträhnen, sondern da darf ruhig auch mal ein bisschen was wegstehen. Das schaut dann einfach realistischer aus. Und das ist jetzt gerade so diese Strähne, die so übers Ohr hängt. Die setzt sich jetzt deswegen schon ein bisschen ab, weil die unten, also am unteren Rand der Strähne stark verschattet ist. Da kommt einfach kein Licht mehr hin, das von oben kommt und deswegen ist sie dunkler und wirkt plastischer. Dort jetzt, das habe ich richtig schwarz gemacht, das ist so ein kleines Loch, was unter die Strähne reinguckt. Und hier kommt schon langsam dann der Anfang des Gesichtes zum Vorschein. aber das wird ein anderes Video werden. So, und jetzt kommt dieser verplante Innenraum im Ohr. Den umrande ich jetzt ganz leicht mit dem Bleistift und fahre den sofort einem Wattestäbchen nach, weil, wie ich schon gesagt habe, keine Zeichnung besteht eigentlich aus Strichen und Linien, wenn man es mal so sieht, außer Haare, sondern das meiste sind Schatten und Schatten müssen einfach so weich wie möglich wirken. Das heißt, jeden Strich, den ich eigentlich mit dem Bleistift setze, verwische ich wieder, so wie hier jetzt. Und, wie ich ja auch schon oft erwähnt habe, wir gehen ja immer von hell nach dunkel. Jetzt hier im tiefen inneren Raum des Ohres ist es sehr dunkel, weil das immer weiter reingeht und deswegen jetzt an so ein paar manchen Stellen hier, wie hier jetzt, muss ich mit der Kohle wieder schwärzere Schatten machen. Und es wird dann jetzt hier nach außen hin wieder heller. Auch die Kohle verschmiere ich mit dem Wattestäbchen. Aber das gibt einen anderen, einen anderen Kontrast. Also das könnt ihr mal ausprobieren, was passiert, wenn ich einen Bleistift verschmiere und wenn ich Kohle verschmiere. Das werdet ihr merken. Kohle ist grober. Also Bleistift ist immer weicher, Kohle wirkt immer ein bisschen bröseliger. Und da muss man dann auch ein bisschen aufpassen. Also wenn das ein ganz weicher Schatten werden soll, dann eher nicht mit Kohle, sondern mit Bleistift ganz fein. Und das dann verschmieren und so richtig tiefe, dunkle Schatten, die mit Kohle machen. Und ihr seht ja schon, ich arbeite wirklich nur mit hell-dunkel Unterschieden. Das sind keine Striche, keine Linien, sondern das sind eigentlich immer nur Schraffuren. Nur der Rand vom Ohr, also wirklich die Kante und der Umriss, der ist eine Linie. Aber auch jetzt hier, das ist ja so die Spitze vom Ohr oben, die liegt unter dieser Haarsträhne und die muss noch so richtig dunkel werden, weil das Licht, was dort reinkommt oder beziehungsweise nicht dort reinkommt, wird einfach von der Strähne, die da so drüber geht, abgeblockt. Außerdem ist es ja auch noch ein Hohlraum und liegt tiefer drinnen und ist dementsprechend immer dunkler. Alles, was tiefer drinnen liegt, ist dunkler. Das ist einfach die Regel. Und ich mache das dann auch so, dass ich mich dann nicht ewig an einer Stelle aufhänge, sondern dann mal wieder switche. Ich habe jetzt eben gerade oben rum gezeichnet. Jetzt bin ich da wieder ein bisschen weiter unten da rum geschmiert und sehe dann wieder das Ganze im Verhältnis, also das ist ja das. Das Ohr muss dann irgendwann in sich stimmig sein, also je nachdem, was ihr für eine Vorlage benutzt, wenn oben der obere Rand genauso dunkel ist wie der untere, dann muss das natürlich in eurer Zeichnung auch so sein. Und dann müsst ihr auch immer wieder vergleichen und gucken und ich zeichne dann eben nicht zu lang an einer Stelle, sondern erstmal wieder woanders weiter, weil damit ergeben sich dann auch die Verhältnisse. Und dieser Ohrring da unten, da komme ich dann gleich dazu, den habt ihr ja schon gesehen, denke ich mal. Das kommt dann erst, wenn das Ohr fertig ist. Aber Ohr ist eine knifflige Sache, also da kann man nicht großflächig arbeiten, sondern in einem Ohr stecken viele Details, das ist nicht ganz einfach. Ja und ich korrigiere immer wieder viele Stellen nach, auch wo ich vorhin schon gezeichnet habe. Ich arbeite langsam auf mein Ergebnis hin und gehe über viele Stellen einfach immer wieder drüber. Das ist natürlich auch immer eigener Geschmack, wie weit man, wie perfekt man es haben möchte. Man kann natürlich ewig an sowas rumzeichnen, man kann auch den ganzen Tag an einem Ohr zeichnen und dann schaut es nachher genauso aus wie vorher. Das ist mir auch alles schon passiert. Im schlimmsten Fall schaut es schlechter aus als vorher. Und wenn ihr jetzt einfach mal vergleicht, wie viel schwarze Stellen da drin sind, bzw. helle Stellen, dann seht ihr ja, dass man mit dem Schwarz wirklich ganz vorsichtig arbeiten muss. Das sind wirklich nur Akzente, aber nicht mehr. Mit Kohle muss man immer ein bisschen vorsichtig arbeiten. Die ist wirklich nur um schwarz zu gestalten. Den Rest mache ich eigentlich immer nur mit Bleistift bzw. habe schon ein Wattestäbchen, weil das schon so ein bisschen, naja, dreckig ist von Kohle und Bleistift. Und mal dann tatsächlich nur noch mit dem Wattestäbchen, weil das schon eingeschwärzt ist. Und hier das, was ihr immer wieder seht, das ist ja ein knetbarer Radiergummi. Der ist super, um dann wieder so ganz detaillierte Lichtreflexe raus zu radieren. Und da es ja sowieso immer ein Wechselspiel zwischen Malen und Radieren ist, kann man da nicht so viel verkacken, weil wenn ihr irgendwo was bisschen zu dunkel gemacht habt, dann tupft ihr das wieder raus mit dem Radiergummi. Und wenn es dann wieder zu hell geworden ist, dann muss man halt wieder ein bisschen verwischen. Und dieses Wechselspiel, das zieht sich eigentlich durch jede Zeichnung. Und so diese wirklichen Details, wie hier jetzt, das sind nur ganz leichte Hell-Dunkel-Effekte. Die mache ich dann auch wirklich nur noch mit einem harten Bleistift. Ganz leicht schraffieren und dann wieder verschmieren. Schraffieren und verschmieren. Und radieren. Geil. Ja, was für ein Song. Es müssen halt einfach auch die Übergänge stimmen. Wenn ihr radierte habt, dann radiert ihr an einer Stelle viel Weiß raus. Lasst es aber dann auch wieder ausklingen. Also man darf irgendwo nicht sehen, ah hier ist jetzt radiert worden und hier ist jetzt gezeichnet. Jetzt bellt hier so ein Hund in meine Doku rein. Passt es nicht. Äh, wo war ich denn jetzt? Ah ja, die Übergänge müssen weich sein. Also, radiert nicht in den Streifen raus, sondern radiert vorsichtig raus. Sodass das Radierte mit dem Gezeichneten eine Einheit ergibt. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich hoffe ihr versteht, was ich meine. Ja, und jetzt bin ich wieder bei den Haaren. Das sind die Haare, die unterm Ohr herauskommen. Die sind, obwohl sie blondes Haar sind, dunkel. Und das hat nichts mit der Haarfarbe zu tun, sondern das ist der Schatten. Ja, und jetzt sieht das so aus, als würde ich mein Ohr zerstören. Dabei mache ich aber einfach nur ein paar Details. Das heißt, ich ziehe einfach ein paar einzelne Härchen durchs Ohr durch. Das macht überhaupt nichts, weil genau das sieht dann realistisch aus. Es sind immer überall irgendwo ein paar Härchen und Zeug und die gehen auch mal übers Ohr. Das sind, da darf man es einfach nicht übertreiben und jetzt kommt das noch schlimmere Übel. Jetzt radiere ich sogar durchs Ohr. Ich habe mir meinen super flachen Radiergummi mit Schleifpapier richtig scharfkantig geschliffen. Und ziehe da jetzt hier Vollgas durchs Ohr so ein paar Härchen durch. Und das schaut dann wirklich richtig gut aus. Ja, und jetzt kommt der Ohrring. Und Aline hat sich gedacht, sie zieht sich so ein... Ihr kennt ja diese Mega-Ohrringe, die man ja eigentlich schon als Alufelge für seine Karre hernehmen kann. Hat sie angezogen. Und ich mein, ihr steht das wunderbar. Ich muss es halt jetzt zeichnen. Aber das macht gar nichts. Das ist ein Stück Blech. Und Metall ist eigentlich immer einfach zu zeichnen. Nehmt nur Bleistift. Und da oben am Rand, an dem vordersten Rand, der mitten ins Licht reinhängt, der glänzt so richtig weiß. Und jetzt deute ich da schon so ein bisschen den Kragen an. In dem Fall hat die Gute was schwarzes an. Das habe ich auch so befohlen, weil das einfach ist zu zeichnen. Und ja, den habe ich jetzt hier schon angefangen. Und da, sogar da, reiße ich auch wieder ein paar Härchen durch. Mit meinem Radiergummi. Aber das machen wir auch in einem anderen Video dann gescheit mit der Kleidung. Ich habe das hier nur schon einfach als Begrenzung mal angedeutet. Und damit ist nämlich jetzt auch wieder dieses Video gleich am Ende. Ich werde dann noch oben links die Stirn etwas verschatten. und dann kommt schon das erste Auge. Und ich hoffe mal, dass ich da euch alle wieder sehe. Es ist natürlich auch jede Art von Kritik oder Anregung erwünscht. Und ich hoffe, wir sehen uns bei Teil 3. Faktor開ifend.